Was? Ich kann doch wieder. Ja, wie du? Du hast jetzt einen neuen, der jetzt schon gestartet. Du musst aufpassen, wo du draufkommst. Wo soll ich? Guck mal, Schatz, wenn ich so halte. Du musst aber draufkommen, dann weiß ich nicht, ob es nicht ausgeht. Tut mir leid, keine Ahnung, warum der jetzt abgebrochen war. Vielleicht Störsender oder so. Kann ja sein. Wollen die alle mitsingen heute oder was? Schönes Wetter heute. Dem deutschen Volke. Sumo pennt heute um zurück. Was? Nein, dass wir ihn reingeholt haben. Nein, Herr Kai Hönigke, das geht nicht. Nein, noch nicht. Das erste Mal. Nein, da sinken kann ich gar nicht. Vielleicht dann lassen. Hi, grüß dich. Hallo. Ja, ich lasse nochmal den Livestream hochfahren. Keine Ahnung, warum der jetzt gerade abgestürzt war. Wir waren ja gerade bei 90 Mann gewesen. Der Stream der AfD wurde auch gestört. Ja, der wird langsam. Ein paar sind da. Die üblichen Treuen. Die sind ja im Pavillon jetzt. Ja. Der AfD-Mitglieder. Na, die wollen ihn unterstützen. Den wird. Ach so. Den geht so schlecht. Ach so. Zuhause haben sie keinen Kaffee. Ah ja. Muss man sich echt mal überlegen, warum. Grüße Osmarane. Hallo, hallo. Dem deutschen Volke. Grüße Osmarane. Halte ich das jetzt richtig jetzt hier? Ja. Ja, ich habe ja ein paar Probleme mit meinem. Das Handy wurde ja mitgenommen und ach. Keine Ahnung. Seht ihr mich jetzt überhaupt? Warte, ich mach mal so rum. Ja. Das ist nicht so einfach mit dem Livestream hier. Meine Hände sind ja ein bisschen größer als normal. Aber jetzt seid ihr ja langsam wieder da alle. Ja, und die haben ja gelöscht oder gesperrt schon wieder oder wie ist das? Guck mal, liebe, die Spitzel sind. Und wie kann man das gucken? Warte. Mach mal nach vorne die Kamera. Kamera nach vorne? Kurz. Mach mal runter. Ich sehe gar nichts. Nein, zwar nicht. Ja. Okay. Ja, AfD war ja auch gewesen. Und, na gut, einige sind jetzt drüben. Die würden gern mitsingen. Aber die sagen, das ist halt zu Recht, die Hymne zu singen. Kann man nicht genau sagen. Jetzt nachvollziehen. Danke für die 100. Teilt das mal bitte. Teilt, teilt, teilt. Dann singen wir gleich los. Ja. Wenn ihr wollt. Haben wir ja Texte mit? Hört doch einfach raus. Ja. Also in dem Sinne nochmal schöne Grüße an meine, das gehört jetzt zwar nicht hierher, an meine beiden Ex-Weiber, an Melanie und an die Polin. Ich werde jetzt auch mal den Spieß umdrehen und ich bin lange friedlich geblieben, aber das lasse ich mir nicht gefallen. Ihr wisst schon, worum es geht. Danke, dass ihr teilt, liebe Grüße. Ja, das ist, wie gesagt, dem deutschen Volk und es geht gleich los. Also die AfD-Mitglieder kommen nicht drüber, aber das ist ein Geil. Hier ist übrigens nochmal der größte Mast. Dem deutschen Volke. Ja, dem deutschen Volke. Vielleicht werden wir das auch mal, die Hymne umschreiben müssen oder so. Dass wir die in der Rap-Version bringen müssen oder was. Ich weiß es nicht. Was erinnert wird? Wir packen vielleicht. Ja, ja. Wir sind gerade dabei. Also wir haben heute mal probiert. Ich habe gestern mal probiert, die Hymne mal so umzutexten. Weil es ist eigentlich passender. Also hier von welcher Treue und so ist ja nicht mal die Rede. Ist ja sinnlos. Und von Einigkeit und Recht und Freiheit ist auch nicht mal die Rede. Einstieg und dann die Richter wieder singen vielleicht mal. Also eventuell die letzte Strophe lassen. Also wir sind schon dabei. Also ich schreibe mal die Hymne gerade um. Und die erste Strophe ist schon ziemlich fertig. Die zweite ist schon zur Hälfte. Und dann wird der Text mal kommen. Das passt. Einiges passt überein. Also mit dem Text. Weil in dem alten Text heißt es ja von der Mars bis in die Memel. Und ich habe geschrieben praktisch von dem Mars bis zu der Merkel. Also das kommt alles so drin vor. Und dann werden wir sehen, was passiert. Also wir werden ja mal die Hymne umtexten. Die kommt demnächst mal auf YouTube. Und wir gehen auch ins Tonstudio. Weil von Einigkeit und von Stolz kann man hier nichts mehr sagen. Also mein Kind hält mich fast fest. Mein Kind hält mich wieder fest. Soll ich das begutachten? Ja, schön, dass ihr dran seid. Hallo, nee. Weißt du, warum es kurz in meinem Account schreibt? Nee, wir werden die Hymne umtexten. Und wir werden es dem deutschen Volk anpassen. Demnächst. Also... Einigkeit und 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 so was. Es ist nichts zu hören in Deutschland. Denen ist es egal geworden, was in Deutschland passiert. Und wir machen das mal auf eine Art und Weise. Naja, wir lassen sich überraschen. Ein paar so gute Sachen kommen demnächst mal wieder. Meine Handys sind klar mitgenommen und so. Deswegen ist es hier ein bisschen kompliziert. Aber ich würde sagen, wir singen das Ding mal schnell, hä? Heute nochmal die Urversion vom Lied der Deutschen. Und nächste Woche machen wir das noch ein bisschen sarkastischer. Wenn wir das mal so machen, ist das alles, ne? Also nicht vom Mars bis an die Memel, sondern... Ja, auf Satire stehen die Deutschen eh mehr als auf Politik, auf Deutschland, ne? Von daher werden wir das machen. Die Leute auch machen da alles. Wir machen das. Der bringt ja auch zu. Wir drehen den Spiels um, genau. Flüchtlinge rein und wir machen das Lied der Deutschen. Ja, sie fahren auf Fahrrad. Geben sie mal das Fahrrad in der Refuge und Flüchtlinge so ungefähr. Ja. Wir machen das also. Also der Text ist in Arbeit. Die erste Strophe ist, ist gut, ist fertig. Die zweite kommt heute und die dritte werden wir so lassen. Und dann werden wir halt die Deutschen mal verarschen. Warte. Schön, dass ihr dran seid. Direkt im Rahmenstau. Ja, ja, ja. Und ich stehe mal um hier und wir werden das schnell mal durch ins Lied. Ja, ja, ja. Wollen wir mal singen, dass das Teil oder was? Ja, aber dann ist da jetzt wohl die Zeit schon. Ja, aber dann ist da jetzt wohl die Zeit schon. Ich rüber noch da noch ein, zwei, äh, wohl. 34. Wird auch nicht. Ja, ja. Der Ton hakt schon wieder. Hakt. Kann ich nichts verraten? Nein, ich verrate nichts. Aber wir machen es halt ein bisschen auf Satire technisch. Ist der Ton in Ordnung oder nicht? Ja, absolut. Der Ton ist Mist. Wir werden schon wieder komplett... Kommt mal hin, bis zum Schluss. Vielleicht braucht es dann Spürsinn oder nicht. Ist er das hinter Lautsprechung? Sprache sehr abgehalten. Sagt mir mal bitte, ob der Ton in Ordnung ist. Hakt. Definition. Stefan Bülke. Und Marianne kommen ja da. Es sind ja noch drei da. Hier kommen noch welche gerade. Warten noch ein bisschen. Der Ton hakt immer noch. Stolter, da müssen alle mitsehen. Mach mal Kamera nach außen. Ja, ach so. Ich hab schon gedreht die Kamera. Gehört einen guten Besuch. Nur grob, hat die Reich schon mal gehört. Ich hab sogar ein Schottsdienst. Haben die heute Schreiber gezielt? Ja. Verbrecher oder so? Ja, aber ich hab noch eine Frage. Aber ich hab noch eine Frage gebracht. Hallo, Sie sind denn verraut worden? Oh, ich hab noch nicht. Ich hab aber jetzt von sich. Ne, 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 ich mach nur Kostentorricht von Dreizeiler und Edward. Was ist das? Wir machen das ab nächster Woche dann ein bisschen satiretechnisch. Alter, die Dichten, die Dichten, die Dichten, das noch ein bisschen. Ich lasse mich dann gegebenenfalls überraschen. Ich bin auch verstanden, na? Naja, das ist sehr ähnlich. Aber hier, guck mal, von der Mars passt ja schon, naja. Von der Mars ist ein wenig, wenn wir schreiben wir vom Mars. Ja, da sind wir echt wenig hier, ne? Ja, tade. Ja, tade. Die Arme. Ach, was heißt das? Was heißt das? Das ist gleich hier gebannt am Facebook. Ja, ja. Wollen wir noch ein bisschen zurückgehen noch? Haben wir das los? Den deutschen Folter muss drauf sein. Ja, wo die Zeit. Und das, das und das so, mein Herz. Immer noch Störungen. Immer noch Störungen. Also, wir haben momentan wieder Störungen in unserem Livestream. Keiner weiß warum. Immer noch Störungen, ja? Mars arbeitet. Komm her, sing mit dein Volk. Ich bin hier sing. Nur im Mundbewegung. Aber mit der wachtliche Finion. Du bist deutscher Volk. Du willst raus, ne? Ja. Du willst raus, ne? Ja. Dann hilft er ja hier. Genau. Ach, immer noch der Stream. Ja. 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 Ja, die wollten ja immer noch ein bisschen kommen. Aber die ist ja die war halb eh. Es ist auf jeden Fall besser. Ist besser geworden? Mhm. Ja, die drängen die drüber ein. Ja, drängen die drüber ein. Ja, drängen die drüber. Ja. Lassen wir anfangen? Schon einen guten Abend. Haben Sie noch was geplant? Nö. Nö? Nichts Besonderes. Nichts Irgenderes. Was ist denn das Unbesondere? Die angemeldet. Die angemeldet. Also, Sie wollen das deutsche Lied singen. Alles klar. Das hängen euch auf die Luftballons besorgen. Das ist auch in Ordnung. Ich muss noch nachdenken. Ja. Ihr könnt auch gerne mitdenken. Ne, danke. Doch, sehr. Neutral. Genau. Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt. Deutschland, 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 über alles, über alles, über alles in der Welt. Deutschland, 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 über alles, über alles in der Welt. Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang, sollen in der Welt behalten, ihren alten schönen Klang. Und zu eklern. Und zu eklern, hart begeistern, unser ganzes Leben lang. Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang. Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Da, was uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes und Erfangen. Blühe im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Blühe im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Das war ja so gut, war ja gut. Danke Berlin. Das waren wirklich wenige Leute, aber ging mal. Oh, sie sind verrückt. Es war vorhin vorige Woche. Ich habe das. Ihr habt da so lange getrunken. Warum? Was da passiert ist bei euch. Ist das da? Ja. Das ist für dich, für den Glanzen, für deinen Grüßen. Für das Mädchen oder? Ein Junge, ne? Ein Junge. Ich bin schon mal schön. Ich bin schon mal schön. Deutschlandballon. Ja, hab ich. Kommt ihr mal in die Fallen. Halt mal den Ballon so neben dem. Mariam, wir hört es mal kurz so. Jetzt steht mal. Und gehen mal. Wir sind nach dem Bett und wir so drehen. Sollen sie stehen hier? Nein, ihr seid weg. 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 Das wird ja wie betroffend. Ja, ja, guck mal. Ja, ja, guck mal. Jetzt mal. Ja, ich bin schon mal. Also, uh. Also, guck mal meistens. Könnt ihr ja, ich weiß nicht wie lange er hält. Aber ich hab sie bei 99 Cent. Ich hab sie ja auch gleich. Ja, ich hab sie schon halt, ja. Das ist dann halt, ja. Ich hab Berlin. Ja. Ja. Jeden Mittwoch 19.30. Überlegen wir uns was für nächste Woche. Vielleicht sprechen wir nochmal drüber. Machen wir es ein bisschen anders. Bisschen sehr tiere-technischer. Läuft ja wahrscheinlich besser in Deutschland. Und, ähm. Entschuldigung, wie sind denn Rallyeboot? 175. 175? Ja. Ähm, treibt das noch mal schön. Wir ziehen das ja weiter durch. Jeden Mittwoch um 19.30. Und... Tja, was soll man dazu sagen? Ja. Aber der war irgendwie zugehört. Ja. Ja, ja. Das ist es nicht. Das ist ja das ähnliche wie über Westen. Meistens gucken wir zu Hause zu. Also der Platz ist schon, kannst ja mal so rumschwenken. Der Platz ist schon so gut gefüllt. Also wir wohnen hier schon. Na ja, zeigt aber, wie weit er kommt. Komm, bitte. Da haben wir schon einige aus der ganzen Welt. Haben wir ein bisschen... Das ist verfolgt hier los. Ja, da fang ich noch so mit. Das ist nochmal ein Geschenk hier von Marjana. In Deutschland verloren, ne? Ja. Gibt es noch? In der Aktion hier, von was da gelaufen ist. Bei mir in der Hause privat. War ja mal nicht schlecht, ne? Nein, nein. Du bist der Beste. Und es kriegt dann einer Kleine. Nein. Ich finde, dass er da war. Ja, gut. Wirkt mal weiter, ne? Aber ich mach ein Stück halt angesetzt. Ich bin krankisch. Von daher war ich zu gut pünktig. Ja. Es war schlecht, wenn wir da schon nach Hause gehen. Ne, ne. Ich bin aber auch gleich auf jeden Fall. Jetzt hilft. Weniger. Aber ich muss gerne nach hinten ein Stück einstellen. Vielleicht ist er etwas später an zu gehen. Ja. Aber mit der Frau Opermann spricht nicht mehr. Ja, aber es sind sogar weniger jetzt hier. Ja. Ich sag ja, die gucken sich, die gucken sich mal irgendwas an auf YouTube oder machen ein bisschen Satire-technisch. Und den Leuten und den Jungen ist so das Land vollkommen egal geworden. Die haben's geschafft, ne? Die haben's geschafft. Auch die Elfen haben resigniert. Ja, die haben auch's geschafft. Der Opa, der war in Rheinland, das hat er überlegt. Und da dachte er, ich weiß, was ich schreibe über den Kion. Ach, ich hab's auch schon gebläht. Ja, ja, da dachte ich weiß, er hat auch von Mornkau und das alles gelesen. Das ist egal, nach mir, die sind gut. Ja gut, ab einem gewissen Alter kann ich's so verstehen. Neunzig, wir sind ja. Ja gut, da kann man jetzt auch keine große Aktion mehr erwarten, eigentlich. Ich glaube, 19. Türen. E Infinite. Hat das so ein Problem? Ja. Das ist so, als wenn du schaub ist. Ok, wunderschöne guten Targen. Nun, kann ich mich kurz unterhalten? Ja. Oh, was ist das? Das ist so, als wenn du drauf ist. Das ist schön. Das ist schön. Das ist so. Das tut richtig weh. So, jetzt muss ich mal schnell gucken. Jetzt schalte ich nochmal schnell nach oben. Die Polizei will ihre Bratwurst essen. Wir machen jetzt hier los wieder. Schön, dass ihr dran erwartet. Ja, wir werden mal sehen, ob wir das irgendwie ein bisschen verändern. Also, entweder satiretechnisch ein bisschen belegen werden. Das Deutschlandlied. Denn die Deutschen, die haben ja keinen Bock mehr auf ihr Land. Und warum soll man sich hier vor diesem geschichtsträchtigen Gebäude hier zum Deppen machen? Weil nur, weil keiner mehr Lust hat. Also, wir werden das wahrscheinlich in der Satireversion mal bringen. Nächste Woche. Wie es aussieht. Wir lassen das gerade auf Ton. Also, die erste anderthalb Strophe sind fertig. Und dann verarschen wir das halt mal ein bisschen. Was will man anders machen? Und schön, dass ihr das geteilt habt. Schön, dass ihr dran wart am Stream. Die Polizei kam wirklich ernsthaft zu mir und hat gesagt, oh, Junge, wie lange macht ihr noch? Unsere Bratwurst wurde kalt und so. Die waren schon cool drauf. Und die holen uns ab. Eingangshafte. Und wir hauen auch so langsam ab. Gehen wir noch was essen? Was möchtest du denn da? Ziele. Ach so. Ja. Ach so. Ja, brauche ich. Von 187? Genau, das ist 1-4. Also, vielleicht rappen wir auch demnächst mal hier ein bisschen. Wie schön wär's. Wir werden ja für die Jugend irgendwas machen müssen. Also, dann machen wir mal ein bisschen 187 technisch hier. Einfach. Genau, und du weißt ja, Musik. Nein. Man muss sich halt anpassen. Also, wenn das deutsche Volk nicht hier an die Historie anpassen will, dann passen wir uns an die Zeit an, die wir ausschauen. Also, wir werden die demnächst mal vielleicht 187 bringen. Ich bin nur noch am Üben. Nein, aber. Blödsinn. Also, die Polizei ist jetzt weg. Und wir gleich auch. Vielen Dank, dass ihr dran wart. Bis nächsten Mittwoch. Mit einer kleinen Überraschung. Hier vom Reichstag um 19.30 Uhr. Danke, dass ihr dran wart. Teilt das nochmal. Ich erinnere mich immer, dass ich das hier wegdrücken muss. Ich zeig euch nochmal einen Rundblick kurz hier. Vom... Ding, 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 ding. Die Hüse der Deutschlandballung und haben wir geschenkt bekommen. Ja, da drüben ist das Bundeskanzleramt. Und das schwenke ich nochmal rum. Damit ihr es nochmal seht. Da ist der Reichstag nochmal. Ein alter Verständnis. Und hier der Kameramann. Ein bisschen Theater gerade. Du hast dich gerade eingewickelt. Gar nicht. Du musst einfach mal das Ding da holen. Ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Das haben wir in zwei Jahren. Ist klar. Also schön, dass ihr dran wart. Hier vom Deutschen Reichstag mal. Nächste Woche wieder. Ist ganz klar. Wahrscheinlich dann nicht die Originalversion. Lass dich überraschen. 19.30 Uhr. Da ist ja drüben auch gerade ein Politikerfeierabend. Noch auch lange heute. Dann gerade abgeholt. Standesgemäß mit Chauffeur. Da kann man ja nicht ranzoomen, wa? Nee, dann hängt das noch nicht. Naja, alles klar. Also in diesem Sinne. Vielen Dank, dass ihr dran wart. Wir werden weitermachen. Schöne Grüße an meine Ex-Frauen, die mir gerade ein bisschen Eiger machen. Ich drehe den Spieß jetzt um. Ich war lange friedlich gewesen. Aber das lasse ich mir nicht gefallen. Und wir sehen uns. Alles Gute. Mir geht schon ein bisschen besser. Wieder die Kopfverletzungen sind schon weg fast. Da und da. Naja. Und wir machen weiter. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und danke, dass ihr dran wart. Ciao, ciao. Bye, bye. Euer Kai.